Hallo und herzlich Willkommen bei LändleTV, der Tag heute mit diesen Themen. Best of der Ländle Talks im Restaurant Mahlzeit, die besten Bilder vom Benefiz-Eishockey-Spiel und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Die erste Staffel Ländle Talk im Restaurant Mahlzeit in Götzis ist beendet und wir haben nochmals die Highlights für Sie zusammengefasst. Die erste Staffel vom Ländle Talk im Restaurant Mahlzeit neigt sich dem Ende zu. In den vergangenen elf Wochen durften wir einige namhafte Gäste beim Talk in Götzis begrüßen. Den Anfang machte der Chef des Restaurants persönlich. Was ist denn das Besondere an Mahlzeit hier? Was erwartet die Gäste? Das Ambiente ist halt auch was Neues. Die Leute sind auch neugierig für neue Sachen. Was wir machen als Mahlzeit, wir schauen, dass wir sehr regional kochen, sehr regional einkaufen. Also wirklich Lieferanten aus der nächsten Umgebung, sprich Vorarlberg, Bodenseeraum. Und halt, wenn es nicht in Vorarlberg geht, dann halt Österreich weiter, dass man da einfach schaut, dass man in Österreich bliebt und maximal im Bodenseeraum Allgäu, dass man da den Einkauf da steuert. Wie wichtig die Gastronomie im Ländle ist und welche Ziele es gibt, erzählte unter anderem der Gastronom Elmar Herburger sowie der Obmann der Fachgruppe Gastronomie Andrew Nussbaumer. Die Gäste kommen zu uns, um ein paar gemütliche Stunden zu erleben, um sich wohlzufühlen, etwas Gutes zu essen. Das ist eigentlich nur möglich, wenn man ein gutes Team hat, wenn alle zusammenarbeiten, wenn alle mit Freude dabei sind und Spaß daran haben, anderen eben den Gästen Freude und angenehme Stunden zu bereiten. Und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis des Erfolgs, dass alle im Morgen mithelfen, dass die Gäste zufrieden sind und nachher wieder nach Hause gehen und für uns wieder Mundpropaganda machen. Die Gastronomie in Vorarlberg ist führend, vielleicht eine Zahl. Wir haben die größte Haubendichte in Europa, gerechnet auf die Einwohnerzahl in Vorarlberg. Und wir haben natürlich auch ausgezeichnete Gasthäuser, Wirtshäuser. Wir haben auch tolle Würstelstände und natürlich auch sehr viel gehobene Gastronomie, wo die Touristen genauso gern hinken wie unsere einheimischen Gäste. Die Tourismusstrategie 2020 ist ein gesetztes Ziel, die Nummer eins in Europa zu werden. Und da braucht es natürlich einige Dinge, um das umsetzen zu können. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, braucht es natürlich gutes Personal. Diese werden meist in einer Lehre ausgebildet. Die Direktorin der Landesberufsschule Lochau gab darüber Auskunft. Die Landesberufsschule Lochau ist die Landesberufsschule für Vorarlberg für die Gastronomie. Wir bilden Lehrlinge aus in den Lehrberufen Koch, Köchin, Restaurant, Fachmann, Fachfrau, Gastronomie, Fachmann und Fachfrau. Das ist die frühere Doppellehre Koch und Kellner und Hotel- und Rezeptionsangestellte. Wir machen junge Leute fit für ihren Beruf. Wir wollen ihnen Instrumente mitgeben, aber auch den Spaß und die Freude für ihren zukünftigen Beruf. Nicht nur Personen aus der Gastronomie waren zu Gast beim Ländle Talk, auch Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und Politik waren mit dabei. Also meine Aufgabe besteht in der strategischen Planung, in der organisatorischen Planung und dann vor allem auch das, was geplant wurde, was wir strategisch festgelegt haben, auch umsetzen. Weiters Personal, Fragen natürlich liegen auch in meiner Kompetenz und ich vertrete die Kammer nach außen. Das ist ein sehr schöner Bereich, weil hier doch sehr viele Kontakte geschaffen werden können zu den Unternehmen, zu den Betrieben, dann vor allem auch zu den öffentlichen Einrichtungen, ob das die Landesregierung ist. Es ist Sozialpartnerschaft. Also hier ist auch ein Netzwerk vorhanden, mit dem man sehr gut arbeiten kann und für uns sehr wichtig ist. Den gesamten Bericht sehen Sie ab dieser Woche im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblog. Rekordvoranschlag 2013 für Fellkirch. 102,8 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben. Diese Rekordsumme ist im Haushaltsvoranschlag für das kommende Jahr festgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 5 Prozent. Das gesamte Investitionsvolumen der Stadt im nächsten Jahr beziffert Bürgermeister Berchtold mit 19,25 Millionen Euro. Als größte Summe auf der Ausgabenseite ist der laufende Bau des neuen Montforthauses. Dafür sind 2013 knapp 13 Millionen Euro vorgesehen. Skifahrerin von Lawine verschüttet. Gestern löste sich kurz vor 11 Uhr im Bereich Steinmäder in Lech eine Lawine und begrub ein Mitglied einer Skigruppe. Die Urlauberin ist rund 1,5 Meter verschüttet worden, konnte jedoch bei einer sofort eingeleiteten Suchaktion rasch geborgen werden und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Die Gruppe, die die Lawine selbst ausgelöst haben dürfte, war im freien Skiraum unterwegs. In Lechermalberg herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks Lawinenwarnstufe 3. Und Vorarlberg setzt weiter starke Impulse für Familien. Landeshauptmann Wallner und Familienlandesrätin Greti Schmidt präsentierten im heutigen Pressefoyer die Arbeitsschwerpunkte für 2013. Das Ziel ist es, dass Vorarlberg auch in Zukunft ein besonderes, familienfreundliches Land bleibt, betonte Wallner. Für 2012 hat das Land Vorarlberg rund 3 Millionen Euro für Familienzuschüsse vorgesehen. 2013 sind rund 400.000 Euro mehr budgetiert. Bei uns geht es jetzt weiter mit den besten Bildern des Benefiz-Eishockeyspiels, der VU Feldkirch gegen den HC Rangweil. Der gute Zweck stand beim Winter Classic zwischen dem HC Samina Rangweil und der Frastanzer VU Feldkirch ganz klar im Mittelpunkt. Die Krex auf dem Eis schnürten die Schuhe für den guten Zweck und sammelten so Geld für das Vorarlberger Kinderdorf. Das freut mich besonders, wenn sich die Sportler für solche Benefizspiele zur Verfügung stellen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und natürlich, es war wieder ein Test für uns, um zu sehen, wo stehen wir, wo können wir uns noch verbessern, welche Dinge können wir beim Gegner abschauen unter Anführungszeichen, um dann in der Schweizer Meisterschaft in der Rennphase zuzuschlagen. Gewonnen hat schlussendlich der Favorit aus der Montfortstadt. Die VU Feldkirch siegte auf der Gastra mit 6 zu 3. So gab es also nur zufriedene Gesichter. Eines davon gehörte Johnny Hele. Der XVU-Kräg schnürt nun die Schuhe für den HC Rangweil und zeigte sich vor allem von den beiden Gastspielern Goalie Martin Altrichter und Jan Plattli begastert. Ja, es ist immer etwas Spezielles. Wir haben Gott sei Dank ein paar so Spieler gehabt und da schaut man sich natürlich das eine oder andere ab, dass natürlich jeder auch selber wirklich verbessert. Für ordentlich Show. Vor den rund 1.000 Fans war also mehr als gesorgt. Zufriedene Gesichter auf allen Seiten. So soll es sein. Und noch mehr Sport gibt es nun im Sportblock. Harte Brocken warten auf Feilbergs Handballteams im ÖHB Cup Viertelfinale. Bregenz muss auswärts bei den Feilbers antreten. Der Alpler HCH empfängt mit Leoben ebenfalls einen direkten Konkurrenten aus der Handball-Liga Austria. Spieltermine sind der 2. oder 3. Februar 2013. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Gewaltpsychologe und Jugendexperte Dr. Rudolf Hensel sieht Gesellschaft und Politik im Kampf gegen Jugendgewalt mehr denn je voll gefordert. Die VN präsentieren ab sofort die Mogelpackung des Monats der Arbeiterkammer Vorarlberg. Auftakt macht das Waschmittel weißer Riese. Und wie soll das Spekulationsverbot verankert werden? Die Landeshauptleute beschäftigen sich am Mittwoch in Innsbruck mit dieser Frage. Sie müssen dabei den Angriff auf die Finanzautonomie der Länder abwehren. Das war's auch schon wieder von Ländler TV, der Tag vom 18. Dezember. Sie sehen noch das Wetter und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus einem und fünf Grad. Der Wind weht mit 8 kmh aus Süd-Südost. Am Mittwoch kann es bis in den Vormittag hinein stellenweise noch leicht schneien. Die Schneeschauer ziehen sich immer mehr in die Arlberg- bzw. Kleinwalsertal-Region zurück. Von Westen her beginnt es aufzulockern. Der Nachmittag sollte dann in ganz Varlberg recht sonniges Wetter bringen. Auch auf den Bergen scheint die Sonne. Der Abend und die Nacht zum Donnerstag verlaufen oft sternenklar. Es wird jedoch sehr kalt. Tiefstwerte am Mittwoch minus 6 bis 0 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 5 Grad. Am Donnerstag ist es tagsüber trocken. Nach strengem Morgenfrost scheint vormittags noch verbreitet die Sonne. Hohe Wolken von Westen drängen die Sonne nachmittags immer mehr in den Hintergrund. Am Abend beginnt es von Westen her wieder zu schneien. Tiefstwerte am Donnerstag minus 9 bis minus 4 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 3 Grad. Am Freitag ist mit weiteren Schneeschauern zu rechnen in tiefen Lagen mit Regen. Die Sonne hält sich deutlich im Hintergrund. Und am Samstag gibt es Regenschauer bei Temperaturen von 2 bis 4 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 4 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 4 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 4 Grad.